Hallo, meine Lieben! Ich habe letztens ein kleines Kleidchen für meine Tochter genäht, mit der Overlock natürlich. Und während des Nähens hat es auf einmal ein kleines Klack gegeben und auf einmal sah die Overlock-Naht so aus. Also irgendwie ganz komisch. Also hier sieht man, davor hat sie richtig schön genäht, wie sie auch nähen soll. Dann hat sie Klack gemacht und dann sah die Overlock auf einmal so aus. Und ich dachte mir natürlich, was ist das denn jetzt? Liegt das jetzt an den Overlock-Garn oder was ist denn daran falsch? Und dann habe ich gesehen, dass sich ein Garn aus den Fadenspannungsplatten gelöst hat. Also das ist einfach wie so rausgesprungen. Und dann habe ich natürlich die Faden von uns wieder auseinander gedrückt, sodass der Faden sich wieder hineinlegt. Und dann war das Problem noch immer da. Und ich dachte mir immer, liegt das jetzt am Garn oder so. Und dann habe ich einen super Trick gelesen und den zeige ich dir jetzt. Also der Faden, der jetzt bei mir sich nach vorne gelegt hat, ist hier der Untergreifer. Und der Untergreifer ist hier ganz rechts bei der Overlock. Also der führte einmal hier runter. Hier, hier, hier. Und der Untergreifer ist der hier. Und nachdem ich es bei meiner Overlock Klick gemacht habe, habe ich natürlich grundsätzlich gecheckt, ist hier noch alles richtig oder hat sich das Garn irgendwo verheddert oder so. Nee, das hat es sich nicht. Jetzt hat das Garn lag hier vor den Fadenspannungsplatten. Also das Garn lag gar nicht mehr dazwischen. Ich konnte es ganz deutlich sehen und habe direkt gesehen, okay, da stimmt irgendwas nicht. Natürlich habe ich dann noch mal die Fadenspannungsplatten hier geöffnet, sodass ich das Garn wieder richtig da reinlegt. Habe wieder genäht und dann kann auch schon wieder dieses kurze Klack. Da habe ich gesehen, das Garn liegt schon wieder vor den Spannungsplatten. Also da stimmt doch irgendwas nicht. Und dann habe ich ein bisschen rumgesucht und ein bisschen geforscht. Und dann habe ich einen richtig tollen Trick entdeckt. Und zwar ist es, man soll bei der Overlock, also wenn sowas halt vorkommt, ein Overlock Garnnetz verwenden. Das sieht so aus. Dieses Overlock Garnnetz findest du in deiner Zubehörbox von deiner Overlock. Das heißt, man muss auch nichts dazu kaufen. Wenn du dieses Overlock Garnnetz dann gefunden hast, dann nimmst du dir einmal deine Overlock Kone. Ich zeige jetzt nur einmal, was ich jetzt eigentlich meine. Wenn du jetzt eine Overlock Kone vor dir stehen hast und du drehst das einmal ab, dann kann es passieren, dass die, da die Overlock ja sehr viele Stiche macht, dass sich das Garn zu schnell immer wieder abrollt und das Garn fängt ein bisschen an, ja ich sag mal, es fängt an zu zittern. Und dadurch macht es dann diesen Schlenker über die Farbenspannungsplatten. Und um das zu verhindern, stirbt man einfach dieses Netz hier über das Garn. Also hier hast du dann natürlich dein Garn, was du benötigst. Lässt das einfach runterhängen und stülpst das Garn da drüber. Und jetzt hat das Garn, sagen wir mal, so eine gewisse Spannung und kann sich nicht allzu schnell, also es fädelt auch sehr schnell ab. Aber hier passiert es nicht, dass es zu viel, zu viel Garn auf einmal abgerollt wird. Also es wird wirklich nur das abgerollt, was die Overlock gerade zieht an Garn. Und das habe ich dann gemacht. Also ich habe hier mein Garn eingesetzt und es hat funktioniert. Also ich war total happy. Ich habe das Garn da drauf gemacht, habe wieder natürlich das Garn zwischen die Farbenspannungsplatten gelegt und habe mir gedacht, ob das funktioniert, dieser kleine Trick. Und ja, es hat funktioniert. Und das zeige ich dir jetzt auch. Ich habe hier mal ein Stück Stoff und nähe jetzt hier einfach noch eine kleine Naht. Also ich setze, ich aktiviere das Messer, dass der Stoff jetzt da abgeschnitten wird. Und siehe da, wieder eine richtig tolle Overlock Naht. Also ich hätte nie gedacht, dass dieses kleine Netz so eine große Wirkung haben kann. Aber ich kann ja sagen, wenn du auch so Fehlerstiche hast oder du siehst, da liegt das Garn gar nicht mehr in der Farbenspannungsplatte, dann besorg dir auf jeden Fall dieses Netz, denn es ist wirklich ein, ich sag mal ein Wundermittel. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video wieder ein wenig weiterhelfen. Falls du irgendwelche Fragen haben solltest, dann schreib mir diese gerne unten in die Kommentare. Ich versuche so schnell wie möglich zu antworten. Falls du auch irgendwelche Tricks kennst, dann schreib mir diese gerne unten in die Kommentare, weil wie du jetzt gesehen hast, mit so einem, mit diesem Overlock Garnetz, was das für eine große Wirkung hat, das finde ich richtig, richtig klasse. Und falls du natürlich, wie schon gesagt, wenn du auch so einen Trick kennst, dann ab damit in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video. Deine Jana. Deine Jana.